Jetzt nehmen wir das weg wahrscheinlich. Hoh, weg, oder? Kann ich das wegnehmen? Ja, kann ich. Oh, shit! Nein, nein, jetzt nimmst du doch! Gott, verdammt! Lass dich doch drauf! Hey, du bist doch ein Wichser! Nein, jetzt geht sie wieder runter! Hey, dir frrrrrrrrrrrr. Riesen Michi sind am Markt, dabei. Wir spielen wieder Humans Fall, nicht Humans. Wie heisst das, Shit? Human, voll flat. Es ist ja nur einer, he? Und wir spielen hier das grandiosste Spiel. Er fliegt, er tätscht, er doot, er macht, und jetzt ist er angekommen. Und mein Matto kommt, und irgendjemand schreibt mir in Facebook. Was muss ich machen? Aha, meine ganze Kraft muss ich auf. Komm hier. Sieht, wie stark ich bin. Kann ich noch nicht echt durch? Ja, mach mal. Limbo, hey. Jetzt komm. Was ist das mit den anderen? Komm, geh nicht über. Oh. Jetzt die ganze Wand kaputt machen. Mehr Anlauf. Komm, 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 komm. Mehr geht anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir da mal durch, oder? Kann ich durch das Fenster kauten? Wo kann ich? Jetzt nehme ich das hier. Und. Fuck. So, jetzt. Nein. Verdammt. So, komm. Und jetzt. Fuck you. So macht man es. Das ist professionelles Gaming. Jetzt sehe ich vielleicht noch irgendwas. Hey, meine Arme. Schaut meine Arme an. Jetzt sehe ich irgendetwas Spezielles. Hey, meine Arme. Hallo? Oh, ich muss es gesehen haben. Ah, dann kann man den Knopf drücken. Und dann kann man rein. Was soll ich das machen? Oh shit. So. So. Und hierher? Was ist hierher? Kann man da reinnehmen? Ja, gehen wir mal rüber, oder? Soll ich den mitnehmen? Vielleicht hilft mir den noch. Oh nein. Ist gleich geil, wenn ich ihn mitnehmen. So, komm. So, hopp. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt müsst ihr schauen, wie das abgeht. Oh nein. Hä? 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 Jetzt seid ihr ein bisschen nidisch. Jetzt gehen wir hier rein. Ja, komm. Und? Ah shit. Komm wieder rein. Ja, komm rein. Ohhhh. Okay, das ist die falsche Richtung. Oder? Ich weiß gar nicht. Ah, vielleicht muss ich den den Ding kaputt machen. Also, warte. So, komm. Gerade in die andere Richtung. Komm, 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 komm. Jetzt, jetzt. Bonus-Level. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und? Es ist echt drinnen. Hä? Was ist drinnen? Was ist drinnen? Nicht wirklich viel. Okay. Gut. Ich muss nicht drüber schwingen. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich try and error. So, komm. Schau jetzt. Schau jetzt. Schau jetzt da. Juhu. Aha. Hard cheated. So. Oh shit. Jetzt muss es so sein. Gut. Jetzt muss ich irgendetwas nehmen, dass ich das Ding verbrechen kann. Kann ich sonst teilnehmen? Ja, das geht sicher. Jetzt, Stange auf! Ich glaube das hier. Komm. So. So. Und jetzt? Wenn ich das... So. Soll ich das irgendwie weg machen. Hm. Jetzt ist das aufgehauen. Also. So. Kann man gelögerst, denn ich. Okay. Ah. Da geht's. Boom. Kann ich das jetzt irgendwie so machen, dass das... Alà, schau dir das an, Mann. Da soll einer sagen, dass ich nicht intelligent in die Kuh von einem... Stephen Hawkins. Und das hier ist so. Okay. Hm. Hm. Okay. Hm. Jetzt werde ich mir überlegen. Sie muss hierüber gehen, um die... Um die... Kann ich da überlegen. Das ist die Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt. Aber schon. Ja, ich könnte überlegen. Also kann ich theoretisch auch... Ja. 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 Oh shit. Jetzt kann ich theoretisch auch das Ding rüber tun. Komm, jetzt bewegt das Vödel. Komm. Komm, ey, das hier ist so... Komm, hopp, 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 hopp. Das müsste theoretisch, wenn das Ding rüber tun... rüberkommen. Also. Jetzt sind wir bereit für diesen unglaublichen Akt hier. Hui. Ah, es hat sogar gelangt ohne nichts. Okay. Also. Jetzt nehme ich das hier. Und tue es... Ähm. Da drauf. Komm. Nein, 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 nein. Oh shit, 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 shit. Okay, okay. So kommt die Böder rüber. Wie ein kleiner... Storch. Ich habe den Storch gut rum, wenn das Känguru auch wäre. So, und jetzt geht das rüber. Wäääh. Komm. Nein, jetzt hält doch die hier. So. Jetzt gehen wir wieder drauf. So. Nimm das Ding. Jetzt nimm es doch. So. So. Oh fucking hell. So. So. Wieder... Wieder hoch. Hey, das ist das Manövrieren. Wieder hoch. Ganz rüber. Jetzt wollen wir jetzt der Ding ist da nichts. Das ist echt der Ding. So. Juhu. Nein. 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 Oh shit. Komm. Komm. Kämpft. Ja, Mann. So. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben... Irgendetwas zu speichern. Gut. Okay. Komm ich da auch schon. Komm. 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 Ja. Schöner Büro. Und jetzt gehen wir da hoch. Das ist wahrscheinlich Parkour. Jetzt nehmen wir das weg. Wahrscheinlich. Hoh. Weg. Oder? Scheiße. Kann ich das wegnehmen? Ja, kann ich. Oh shit. Verarsch mich doch. Ja und jetzt? Ist das irgendwie hier drin? Ah, das hilft sogar. Schau jetzt das an. Okay. Ah, ich sehe das. Okay. Danke, liebe Tipp. Sonst wäre das gar nicht gut gekommen. Komm. Nimm den Stein. Kopf. Damit ist nicht der Stein. Ah. Ja, Mann. Woo. Oh shit. Ah. Lass mich da warten. Das Ding wegnehmen. Dann kommt das Teil ab. Parab. Drei, zwei, eins. Und. Uh, look at that. Der Stand hier. Yeah. Bam. Hat es da irgendetwas? Was ist jetzt drin? Nichts. Okay. Vielleicht muss man den wegnehmen. Ich weiss gar nicht. Vielleicht muss ich wirklich... Ah. Schau jetzt. Wanderfühle. 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 Was passiert wenn das driften. Okay. Also. Ah ja. Da gehen wir. Ähm. Scheisse. Wo ist jetzt? Irgendwie muss ich da öppern. Aber reicht mir das? Ah, das müssen wir lernen. Also eine Doppelbombe. Pause kommt. Parab. Drei, zwei, eins. Und. Ja. Tüüüüüüüüüüüüüüü. Ah klar. So, jetzt gehen wir mal hier rein, kann man das? Ja, lass es da rein, jetzt lasse ich mich rein. Das brauche ich sicher 100 pro. So. Aber für was? Er nimmt mich rein. Er will dort, über diese Kiste, komm. Vielleicht um drauf zu gehen, ich weiss es nicht, ich kann mich mal probieren. Komm. Äh, äh, äh. Äh, aber nein. Hm, kann man es mit dem runterstossen? Vielleicht. Ah, schau jetzt. Ja, und? Scheisse, Mann. Scheisse, Mann. Jetzt muss ich das irgendwie drüber bringen. Und wie bringe ich das drüber? Komm, komm, komm jetzt, komm über den Dussau, komm. Wie bringe ich mir eine Kiste drüber? Kann das irgendjemand erklären, wenn man die Kiste drüber bringt? Was macht er jetzt? Hm. Wie bringe ich die Kiste drüber? Dann hätte ich es nicht mehr, wenn ich ihn brauchen konnte. Nein, das sieht alles shit aus. Kann ich es irgendwie... Gut, vielleicht kann ich es so unten nehmen und so drüber... So, komm. Genau, so. Eben umgekehrt, komm, komm. Ja, ja, ja. Oh, scheisse, Mann. Wie ist das? Ich sehe das gerade. Holy shit. So, komm gleich drüber. Kann ich einfach drüber kumpen? Ja, das hilft. Scheisse, Mann. Hey, die Videos werden etwa 200 Stunden lang. Bis ich die Huren wieder herzulassen habe. Das ist irgendwie Level 4. Da sieht man, dass ich nur dummere Aushilbe sehe. So, jetzt, hier, schau. Das nächste Hurenpuzzle. Aha. Okay. Der ist schon irgendwo. Ah. Ich sehe. Ah. Ah, ich sehe. Irgendwie so. Und. Uuuuh. Shit. Okay, da geht's. Nein. Äh. Also. Ähm. Was muss ich hier machen? Ich kann hier rüber gehen. Theoretisch. Aber was bringt mir das? Komm, wir gehen mal rüber. Ich kann ja die Schnellvariante nehmen. Ja, geht da schneller. Okay, dann geht es wahrscheinlich die Türe auf. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich brauche wahrscheinlich einfach tatsächlich... Das Ding muss relativ... Komm da. Steh auf! Äh, muss auch relativ hängen sein. Nehme ich mal jetzt einfach an. Besöffel, ist das jetzt ein bisschen übertrieben? He? So. Hey, das Levelmann. Und dann hier oben hat es sicher irgendwie einen Schalter, dass man die Rope kann irgendwie bewegen. Ich habe so ein Gefühl. Vielleicht. Weiss nicht. Ich habe so ein Gefühl. Und. Ja. Gut. So. Also. Seid ihr bereit? Oh shit. Oh shit. Und. Und. Ich habe es geschafft. Oh shit. Und. Das kann ich jetzt machen? Auf. Ich werde esOOD suchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht wahr! Nee Mann. Was ist das? Ok ok ok. Ich spendier' es geschafft. Ich spendier' es. Scheisse.. Haha. Holy shit. Hooooouooooooooooooooooooooooooooooooo Ok. See, jetzt muss ich die da drüber tun.leh-Jederれ so sie drauf bestehen können. Warte mal wieder. Nein, nein, jetzt nimmst du doch den Kopf! Du bist doch ein Wichser! Nein, jetzt geht sie wieder runter! Diese verdammte Physik! So, komm jetzt ab! Oh shit, 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 shit! Die Hunde sich darauf nerden. Hey Mann, hier unten! Die Kamera ist doch so super! Komm, tu sie drauf! Du bist doch ein Wichser! So, jetzt, 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 jetzt! Komm, jetzt, jetzt! Ja, 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 ja! Das ist super, jetzt ist sie drauf! So, jetzt, jetzt, jetzt! Parade! Drei! So, jetzt ganz mit... Fein, 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 fein! Fein, fein, fein! Schnell, 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 schnell! Oh ja! Oh shit! Oh nein! Komm! Oh scheisse! Ah, es gewackelt, ja! Die hat aber da wie ein Ding, ja! Als wär's klein! So, also schnell über den, komm! Schnell über den! Und... Gutball! ... So, komm hoch! So, komm hoch! Das hier ist feiss. So jetzt. Und. Komm. Ich hoffe, dass es das letzte Netzwerk war, dass das Video fertig ist. Natürlich nicht, Mann. Wie lange sind die Scheisslevel? Okay. Wir nehmen jetzt mal alle Platten drauf. Ja. So. So. Ich stehe das mal in etwa drauf, dass wir das hochkommen. So. Das ist gut. Und jetzt kommen wir mal da drauf. Super. Ein riesen Climber bin ich. Und. Natürlich reicht es mir nicht. Vielleicht reicht es mir nicht. Komm, komm. Ah. Ich muss noch einmal. Schau. Ja. Schau jetzt. James Bond. Ich sehe schon 6 Seiten. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh mein Gott. Hey, Lantana. So, komm. Jetzt muss wahrscheinlich vorne geschoben werden, dass ich so drüber laufen kann. Stimmt's? Mach mal. Schau. Schau. Ist das gut oder schlecht? Ist das gut oder schlecht? Hm. Und wie mache ich das Ding auf? Ja. Ich sehe es. Schau. Ich sehe es. Das ist nicht viel besser. Ah, ich muss runterkumpeln, das aufzutun und dann kann ich mich wieder hochklettern. Oder nein? Keine Ahnung. Hm, was hat mir das jetzt gebraucht? Was hat mir das jetzt gebraucht? Ehrlich gesagt, ich weiß. Ah, ich kann nachher hochklettern. Ja, ok, ok. Jetzt nehmen wir das Teil wieder runter. Warte, jetzt nehmen wir das Teil wieder runter. Ja, das reicht schon. Oh, komm. Ah. Nicht, reicht das nicht. Hä? Das müsste doch eigentlich länger. Ah, doch, Alter. Jetzt gerade denke ich mal, das kann nicht sein. Und jetzt kann ich theoretisch mit dem Schwungscheiss-Zeug, kann ich mich reinschwingen. Und dann ist das Video vorbei. Meine Damen und Herren. Der Beemang hat es nicht einmal geschafft. Auf höchstem Niveau. Aber ich muss doch das Mittlere nehmen, oder nicht? Ja, ich muss das Mittlere nehmen. Nein, nein. Jetzt muss ich alles runter machen. Ich kotze am Boden, Mann. Ah, ist das scheisse. Ah, jetzt hält der Scheissdreck. Komm. Ja, komm. Komm. Bravo. Guter Bub. Komm. Einfach drauf. Supergut. Noch ein bisschen richten. Dann gehen wir das Ding wieder gut durch. Und nachher kann ich endlich das Level beenden. Ich möchte, dass das Video 200 Stunden lang ist. Das tut mir YouTube wieder vorschlagen. Mäh, mäh, mäh. Ihre Zielgruppe möchte eher kürzere Videos. Bäh, bäh, bäh. Die 200 Massen, die mich hier abonniert haben. Das sind jetzt eine gute Chäpe, wisst ihr. Aber äh, sind wir auch ganz ehrlich, oder? Oder? Weisst ihr, was ich meine? So richtig. Ist das jetzt ein bisschen zu hoch? Komm. Das geht schon gut. Und komm. Ja, ja, ja. Was? 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 Hey, jetzt ist er... Schau, jetzt bleibt er hinten. Jetzt ist er hier hinten. Nein, Mann. Jetzt komm. Hey, jetzt verarsche ich wieder. Komm. Blöder Sieh. Zieh die Uhr. Kann er das nicht? Ist das too much für diesen Hure Hugo? Komm, jetzt. Komm, komm, komm. Jetzt zieh die Uhr. Ja gut. So. Hure. Was meint ihr? Ist das Huyumann-Vollfalt lustig zu schauen? Tut mir doch das kommentieren. Es ist nämlich da fleissig dran. So, jetzt muss ich es einfach nicht schaffen. Also, ich muss in die Mitte kommen. Und, 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 ja. Nein! Oh, verfickte. Fuck Scheisse. Wisst ihr, wenn ich nicht zu faul wäre, den Scheissdreck rauszuschneiden, dann könnte ich das Video vier Minuten lang machen. Aber ich bin auch... Scheiss, mit dem aber gleich auch, was ich meine. Jetzt komm. So, komm. So, jetzt komm. Alle guten Dinge sind drei, oder so, ja. Wenn ihr das Video... Das so ein Spiele lustig findet, sagt es mir, wenn ihr findet, hey, ich habe ein Sangelspiel. Spiele ein Sangelspiel. Spiele wieder Ego-Shooter. In der letzten Zeit spielte ich nicht mehr so viel Ego-Shooter. Ähm. Ja, dann sagt es. Ich hoffe, das geht. Jetzt kommt es. Komm, 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 komm. Hier... Fuckin' hell, Mann! Normalerweise geht es nicht, he? Ich kann das nicht so... Ist das... Ja, ist das nicht möglich? Ich frage mich jetzt wirklich. Ist das nicht möglich? Ich frage mich jetzt wirklich. Ich frage mich jetzt wirklich. Ich dachte, ich müsste doch eigentlich gehen. Wenn ich Schnee... Ich frage mich jetzt, ja. Das war so richtig fest. Das schwinge. Mal, das geht hier, okay? Mal, das geht. Ich bin ja fast da vorne. Komm ... Jaaaaaaaa! Komm, 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 ein paar Spuren. JAAAAAAAH FUCKING HELL, ich habe gar nicht zu witzel in der Straucht.. Ayeah nur so glaube ich ... porche mister, dieses Spiel liksom... Loading und wir kommen jetzt um's Schloss Jke also... das war's mit diesem super Spiel Ich penetriere jetzt noch ein bisschen den Stein hier und ich glaube wir machen den Anzug pink, einfach weil ich es kann. Hey, schön, dass ihr dabei seht, ihr werdet noch reich mit diesem YouTube Scheiss. Euer Marc, euer B-Mac. Bis zum nächsten Mal.